Mario Barty! So, Arno, möchtest du dir direkt jetzt hier einen neuen Charakter aussuchen, den ich dir dann nebenan packe? Das können wir sofort machen in der Charaktererstellung, was heißt das? Ja, oder da. Du hast das aber gerade alle gesehen, von daher. Hallo, ich bin Toad! Ich führe dich durch Toad City! Wer lebt jetzt hinter den Ort, zu dem du gehen möchtest! Apropos Toad-Sounds, so hast du das Lied nicht gefeiert. Ich fand's super. Das abendend nicht die Regeln, nein. So. Das wird mit diesen Legs ne Hölle. Ich glaub, wir müssen die Röhre, oder? Ja, die Röhre beginnt das Spiel. Der Gag ist Arno und ich haben das die Woche schon mal zu zweit getestet in einem 1v1 Board in Mario Party 3. Und da lief das super. Sogar im W-Lan. Das liegt einfach in Milch, Mario. Okay, der ist die schmalste Leitung hier. Ich hab'n 100er. Wenn ich mit dem Lahn verbunden bin, liegt das nicht an mir. Nicht jetzt, wo ich Telekom habe. Ich hab'n 500er. Oh. Ein bloß Fragen. Uwats, Abteure Begift, müssen wir noch ein paar Fragen zu den Einstellungen klären. Wie viele Spieler sollen am Ziel teilnehmen? Gott haut halt die Fresse, ey. Nein, du musst das viel schlimmer sagen. Wie viele Spieler sollen teilnehmen? Wenn du nicht garantieren, ob du mit uns fern sollst! Der schweigt mehr dabei, ne? Ja. Wer bin ich? Ich bin 3. Hä? Dann nehm' ich Wario. Ich bin 4. Wo bin ich denn 3? Hier, so. Sehr schlimm. Ja. So, warte mal. Wer ist jetzt Wario? So. Ich bin Wario. Du bist Wario. Okay. Das ist Char 2, hab' ich dir das Feld genannt. Das sind jetzt halt die Sprites aus... Oh, der ist kleiner. Oh, ich pass' den jetzt nicht an. Er ist kalt. Aber dann verdeckt das Velaxo. Verdammt. Ich bin so hin. Geht natürlich nicht. Ne, Velaxo verdecken geht gar nicht. Das gewünschte Spielbild. Oh Gott. Ja, ich kenn' die nicht. Irgendeine Empfehlung? Ähm... Ja, ich kann dir ein bisschen... Also das Donkey Kong Brett ist ein bisschen langweilig. Die Toxischeren sind zum Beispiel die Peach-Torte, weil die Musik dich auslacht, wenn dir was Dummes passiert. Ähm, auf der Mario-Map ist das Lustige, dass du, je nachdem, wenn jemand da ist, wechselt sich immer Bowser und Toad. Das heißt, je nachdem, wenn du da ankommst, du wirst einfach abgezogen oder halt, äh, Christen Stern. Und was das geilste eigentlich ist, ist, äh, Yoshis Tropical Island. Meiner Meinung nach. Also, der Yoshi bin ich schon mal immer. Erst wieder ein Regenbogen auf mir immer erstrahlen. Ne, keine Rainbow Road, bitte. Ist mir irgendwie für die Peach-Torte? Was ist denn Varios Canyon Kan... äh, Canyon? Kanonen Canyon. Ey, ich hab nur drei gespielt. I don't know. Müllchen will mir nicht antworten, ich versteh das schon. Was denn, was hast du gesagt? Was ist denn Varios Canyon... äh, Kanonen Canyon? Die schrecklichste Map überhaupt. Die ist so fucking lame. Alles klar, let's go. Da waren, da waren, da... Das ist so'n Ding, ich glaub da war... Äh, Kevin, was sagst du noch mal? Ich glaub, du hast die Vario-Map auch so sehr wie ich, ne? Ich glaub, der ist schon gegangen. Das ist irgendwie, das ist meiner Meinung nach die einzige Map, die keinen Spaß macht in diesem ganzen Game. Und wenn ich jetzt gesagt, Yoshi ist am besten, dann bin ich als, natürlich Yoshi-Fanboy. Weil, wo ist er denn da oben, hockt man Yoshi? Also ich mag, ich mag die Yoshi und die Peach, ähm, Map am meisten, ja. Nehmen wir Yoshi. Ja. Alles klar. Komm, bisschen tropical jetzt, wo's Winter wird. Auch ein bisschen Urlaubsgefühle verbreiten. Ach, hier ja, die Runden. Ich würd sagen, wir bleiben bei 20. Ja. 20 ist... ja, okay. Wo kann man das nicht genauer einstellen? Du hast nur 20, 35 oder 50. Yes. Oh, das ist ja krass. In 3 konntest du's auf 5 Runden irgendwie 10, 15 und so weiter und so weiter bis 50 halt hochzählen. Mhm. Tropic Island. Yoshi ist Tropic Island. Und Melone, eine Melone wär jetzt auch was. Find ich geil. Ich stimme Milch dazu, obwohl ich keine Ahnung habe. Leimer. Das nennt man Bias sein. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Koopa und werde euch herumführen. Die Yoshis leben auf der Wassermeloneninsel und der Honigmeloneninsel. Auf der Insel in der Mitte ist ein Yoshi eingeschlossen und kann nicht entkommen. Schön, dass es einfach dazugehört. Sein bester Freund schaut schon ganz, äh, ganz traurig vom Strand herüber. Helft bitte. Hier ist noch ein Rat. Passt auf, Bubba spielt gerne mit dem... Äh, Fragezeichenfeldern. Also dann, lass uns die Startreihenfolge bestimmen. Oh man. Das ist kein DSA hier, oder? Nein. Ja, Yoshi auf 1, so wie sie es gehört. Es wäre schön gewesen, wenn es aufgegangen wäre, genau in der Reihenfolge der Camps. Haben wir nicht hingekriegt. Schade. Ach, schade. Naja. Müssen wir einfach so lange neu starten, bis wir es haben. Was haltet ihr davon? Reset! Okay, let's go. In 3 Stunden sind wir fertig. So. Den kauft man aber den Toad. Ja. Ja. Wir müssen... Wir dürfen das einfach nicht als Spieler, sondern als Challenge sehen. Das ist der ganze Trick dahinter. Ja, solange kein Rhythm-Minigame kommt, ist ja alles okay. Aber ihr müsst überlegen, das Ding ist, es bleibt halt trotzdem fair and square, weil wir haben ja alle dieselben Legs. So, wisst ihr? Wahrscheinlich läuft es bei A noch flüssig als Host. Also ich hab gar keine Probleme. Nein, nein, bei mir liegt es genauso. Hey! Boah, ich starte direkt hoch. Äh, ja, da kann ich hier nicht lang gehen, ne? Wenn ich die Frage, ob, äh, ob, keine Ahnung, ob das Hosten bei mir halt wirklich ein Problem ist. Das wäre so das Erste, was mir so einfallen würde, irgendwie. Ja. Aber ich hab sogar trotzdem auch gar nichts, äh, sonst nichts an. Also... Can you beat Mario Party with random Legs? Yeah. Ja. Nachmache! Machst du hier dieses, äh, ähm, Luigi wins, ähm, äh, wie ist der nochmal ein Luigi gewinnt, obwohl er überhaupt gar nichts macht? Okay, perfekt. Rück A! Da fällt mir sogar gerade ein, es tut mir so leid, aber mir fällt gerade ein, hier gibt's tatsächlich Rhythm-Minigames in. Och, ne! Kein Rhythm-Scheiß, ey. Da kommen aber auch viel, was auch auf Timing ankommt und so, ne? Sag mal! Ach! Ja. Also... Ist doch kaputt das Spiel, wir können denn die ersten drei alle in den Zehn würfeln. Ja, bin ich getraut. Sag, was passierte? Eine Münze, ah ja. Wer ist Mario? Arno. Jetzt kommt das, jetzt kommt genau das, was Arno macht. Das Ding ist, wenn der Preis einmal... Du hast ja wirklich eine Inflation und es gibt keine Deflation. So, wofür du den Preis treibst, bleibt er, bis du ihn höher treibst. Beziehungsweise, du musst immer mindestens eine Münze mehr zahlen, als die Person, die vorher durchglaubt ist. Wenn du direkt am Anfang irgendwie 20 Münzen reinballerst, dann will halt schon keiner mehr über die Steine gehen. Der Schwabe in mir sagt sowieso, warum soll ich Geld zahlen? Seh ich schon gar nicht ein. Ähm, du wirst Geld zahlen, wenn Bowser auf deiner Insel ist. Und du rüber willst. Nein, nein. Ich zahl kein Geld. Der Glühbirnen tanzt. Ah. Wie zum Fick geht die Steuerung hier eigentlich? Jetzt hast du übrigens gleich Glück, Dave, weil das ist eines der Minigames, wo der beste Minigame-Theme im ganzen Game einfach läuft. Lauf mit der Glühlampe so schnell du kannst zur Fassung. Lass dich nicht von den Buhus packen. Das ist ein Koop-Game. Hier müssen wir zusammenhalten. Spieler mit der Glühbirne. Bewegen und Arm springen. Ja. Man muss noch dazu sagen... Spieler ohne Glühbirne. Ohne Glühbirne. Wir müssen uns rein, indem wir uns boxen. Wenn jemand von einem Buhu ergriffen wird, attackiere ihn, um ihn zu befreien. Genau. Okay, was wir können uns gegen sich boxen. So können wir erst mal testen und direkt starten. Let's go einfach rein. Okay, let's go rein. Nein, gar kein Problem. Ich kann also Arno boxen. Aber wir müssen zusammenarbeiten, nicht vergessen. Okay, also erst mal Peach boxen. Komm her. Ja. Na, der ist durch mich durch. Ich wurde besessen. Arno, befreie sie. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich boxe immer gerne jenen Joschi, den ich sehe. Oh Gott. Wurde besessen. Ja genau, schubst du mich in die Gegend. Nein, das riecht nicht gut. Leute, ich habe Angst. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ciao Leute, tschüss. Der Pfefe, der Pfefe, der Pfefe. Ciao Leute, tschüss, meins. Nein, 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 nein. Will ich auch scremen, bin ich raus. Ich gewinn jetzt. Ich konnte auch alleine boxen, weil der platt war. Ich wusste nicht, dass ich out of screen laufen kann. Oh. Ja, das ist blöd. Minus? Ja, wir haben verloren. Und dann gibt's Minus? Ja, da gab's noch Minus. Ja, ich hab doch gesagt, das Game ist menschenverachtend. Im Ernst, ja. Ist das nicht wunderschön, Dave? Ist das nicht wunderschön? Total. Oh. Schön, jetzt geht's unter Wischen. Und genau in den Leg gehabt, als er gesprungen ist. Ich wusste, dass das passiert. Und Yorkie ist tot. Ne, Yorkie ist tot. Ne Yorkie ist jetzt tot, der spielt nicht mehr mit. Das ist raus. Das spielt hier toll. Das ist quasi Mario Souls Hast du ja jetzt gesehen, wie es geht, ne? Ja Ach Gott, Chance Time Die kommt immer auf dem Ausbau-Reistellen-Feld Ja Oh, das kenne ich noch von Soraspi Hat sich immer riesig gefreut Hi, Milti Na, alles gut mit dir? Na, na Geh mal rüber Meine Fresse Ja Okay, ich hasse euch alle Ah, schön Bitte, bitte, bitte Bitte geh rüber zum Königshaus Die Aristokratie braucht es mehr als Warum hast du nur drei Münzen, willst du mich mal arschen? Die Arme sind halt Armmilchie Dein Zeug sieht's aus Ja, wo sieht's aus? Warum, bevor, warum, warum, warum kommst du vorher? Wir sehen uns wieder, ich hasse Milti, ich werde auf dich warten, wow Das kann doch nicht wahr sein, weißt du, als ich 30 Münzen von dem kriege, hat der nur drei Münzen und direkt danach kriegt der 20 geschenkt Wieso, wieso konnte das nicht andersrum passieren? Wirklich, das Game ist doch so fucking biased, Alter, ich fasse alles Oh, guck mal, du kannst jetzt auch im Bowser-Feld, vielleicht stehst du aus, was ich will für sie 5 Minuten im Spiel Ja, wir hatten schon keinen Bock mehr, Arno geht mir auf den Sack Das sind Runde 2 und ich möchte auf Arnos Gesicht springen Also irgendwie ist das jetzt so eine Wahl zwischen Pest und Cholera, so wenn ich hier nach links gehe, verliere ich sehr viele Münzen, wenn ich nach rechts gehe, verliere ich auch sehr viele Münzen Oh, warte mal, hier könntest du schon ein One-Player-Minigame machen Aha, das könnte mit deinem Timing eh ein bisschen schwer sein Jo, jetzt geht's schnell, ja, Bowser als tobioser Steuerberater Ach komm, drauf geschissen, oder? Nehme ich trotzdem das Bowser-Feld? Nee, der zieht mich einfach nur ab Ja komm, machen wir hier, da verliere ich, glaube ich, tendenziell weniger Ja komm, meine sechs Münzen Ich hab ja so viel auf Nacken Ich stelle das schon in Frage Jetzt schon Ach, das wird alles ganz super, das äh Ganz toll wird das Einarmiger Bandit, Glücksspiel auch noch Schön, schön Ein Timing-Game, wo wir Lecks haben Das ist genau das, was ich gebraucht habe Also auf Twitch ist auch gar kein Problem, oder? Ich springe unter den Block Und damit stoppst du die Walze Du weißt, wie das funktioniert Ja, wenn ich das jetzt mach, sieht man eh, wie's geht Ich pass beim Leck Ja, dankeschön Mhm Ja, ist gar kein Problem Sieg ist geil Oh, ist das widerlich Besser widerlich, als, okay Ja, ich bin jetzt einfach dreimal gehüpft, weil mit Timing kannst du es vergessen Sehr gut, Willchi Genau, ihr seht meine Legs, genau Äh So, alle gegen Vavio, nice Hi, das finde ich gut Das kann aber auch schlecht für uns sein Nein, das ist super Wir machen den jetzt Wir machen den jetzt fertig Der hat den Vorteil Nein, hat er nicht Stopp Wirf die Schatztruhe so in eine Röhre, dass sie zu dir herunterfällt Bewege sie mit dem M und lass sie mit A fallen Bewegen und aussuchen Schau dir das vorbeiscrollende Röhrenlabyrinth gut an und suche dir einen Weg, der direkt zu dir führt Ach so, nur er kann was machen, oh nein Ja, er wirft die Zertur irgendwo rein Hi Leute Such dir was vorher aus, mach random, komm Ah ja, okay, das hat er sich nicht gemerkt Es hat so giga geleckt, ne? Ja, wenn es nicht leckt, ist das Game halt super easy tatsächlich, aber so ist es halt Ja, so ist das richtig, also, das kann man halt nicht sehen Wow, okay Das kann man gar nicht sehen Wow, du hast ja so eine easy Strecke, was ist das denn für eine Scheiße? Na, Leute? Wie geht's euch? Habt ihr gute Laune? Ja, war ein gutes Mini-Spiel, würde ich sagen Der ist einfach, wir haben jetzt, also, der ist jetzt einfach schon, jetzt schon so hart in Führung, ne? Das ist so dumm Oh, ich sehe gerade, ich habe noch einen Termin, äh, könnt ihr auch irgendwie weiter spielen? Ach so, ich muss ja ausdenken, die kann doch nicht mal verlieren Da ist halt nix Da ist halt nix Da ist halt kein Pilz Ah, ich wusste, ich wusste, dass das passiert Was ist das? Ich meine, ich habe nix, ich habe nix zu verlieren, ich habe eh nur 5 Mütze, aber dir wird es wehtun, ne Ahnung Ja, ja, deswegen Why? Oh, jetzt wechselt, jetzt wechselt der Stern und Bowser, nämlich die Plätze Das heißt, auf der rechten Insel ist jetzt Bowser und, ja, den ich gerade getroffen habe Die tauschen die ganze Zeit, hast du es gerade nicht gemerkt? Na Also auf einer Insel ist immer Bowser und auf der anderen Insel ist Toad und durch das Fragezeichenfeld haben die jetzt getauscht Ah, das heißt, der Stern ist jetzt bei mir, aber ich habe kein Geld, das ist schön Ja Das ist aber gut Sie ist von der guten Seite, Arno kriegt jetzt keinen Stern Du wirst ihm ja bitte helfen, hier, dann nimm das Nehm man das? Eine Schrotflinte, um sein Leiden zu erlösen? Der Bowser-Ring ist ein mystischer Gegenstand, du wirst ihn brauchen Sieht aus wie ein Sitzkissen, so ein Sitzdonut Paff Haha Was ist passiert? Er passt nicht, er ist geplatzt Bist du Dinger geworden? Na ja, das kostet dich doch als 30 Münzen Der holt sich aber sein Geld wieder zurück Und mehr Mit Zinsen Ist ja wieder Steuerberater, ist klar Ja, mir tut das zum Glück eh nicht allzu sehr weh Ja, welche tolle Wunden ist es gewöhnt Immer diese Steuern Für den Münzspiel, ja? Ich bräuchte Geld Ja, ist auch ein Münzspiel Glaube nicht Ich glaube das Grüne ist ein Münzspiel, oder? Also einfach gegenüber Spring unter die Blöcke, um Münzen zu erhalten Versuche so viele Münzen wie möglich einzusammeln Bewegen und springen In den Blöcken sind unterschiedlich viele Münzen versteckt Spring unter möglichst viele Blöcke Okay Okay Jetzt 3D-Steuerung auf der N64 Geil Hab ich schon wieder Bock Start Ich hab jetzt schön viele Münzen gesammelt damit ich Pause auf was zu geben habe gleich Finish Ich hab die ganze Zeit nur meinen Startblock gemacht Das ist gut, wenn der lange hält Hab ich jetzt nen Haufen Kohle bekommen? Nur 4, das gibt's doch nicht, man Dave ist erster Was kostet der Stern? 20 Du kannst es dir genau leisten, wenn du da jetzt ankommst Wenn du da ankommst Na scheiße Der ist ein hoher Wurf, den ich brauch Go! Oh, 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 oh Ah Ja, perfekt Ich muss die Runde aussetzen, das Ah Da geht er in Führung Das ist schön, das ist schön Yoshi wie Yoshi gebührt So gehört sich das Habt ihr den Strudel gesehen? Man kommt nicht zur Insel hinüber Welcher Strudel? Ein Apfelstrudel wär jetzt was Der bleibt da jetzt Der einzigste, der gewinnt, ist Bowser Arno? Du kannst Arno leider nicht wegbannen Arno? Ich kann nicht muten Super Super Bot Case, ey Ich find den super Der war falsche Grammatik Möchte Luigi über das Spiel? Nein! Er lacht noch Ich hab kein Geld Scheiße Scheiße Ich bleibe einfach auf dieser Insel die ganze Zeit Ich geh da nicht rüber Gebe doch keinen Mein Geld nix von einem Block Guck mal jetzt hast du genug Geld Kannst ja nochmal zurückgehen Ja, als du Tauts sowieso auf deiner Seite ist, macht's auch keinen Sinn Und an Rio hört man, das Reichtum auch nicht Es ergibt mir auch Sinn How to make yourself unbeliebt Ach, das warst du schon als Bayer Hallo? Warum? Du hast viel Geld? Aber nein Ich will das Nein Jeder mit den Monarchen, klaut der Monarchen das Geld Arno möchte gerne, dass alle drei Spieler gegen ihn sind Klar Er kriegt zu wenig Hass von Rio Er ist auf einem guten Weg Ich weiß wo er wohnt, kann er rüberfahren Mauser mein Homie Dauert fünf Minuten, dann ist er da Was geht Bruder? Ach, der Make yourself unbeliebt Erstens Play Mario Party Aua Oh nein, schickst du mir etwas da rüber? Willst du immer noch nicht zu mir rüber? Ja, halt den doch Ich finde ihn nicht okay Kann der Sterne klauen? Nee, glaube ich nicht Ja, okay, dann ist mir egal Der kann Sterne klauen, wenn du auf einem Oh, ein bisschen schnackig gemacht Einer? Es gibt ja nicht nur den Bowser auf der Overworld Es gibt ja auch die Bowserfelder Und wenn du auf dem Bowserfeld landest Kannst du in einem Roulette das Fächer haben Dass sie dir da einen Stern klauen tatsächlich Oh, wirklich? Und weißt du was das geil ist? Oben rechts gibt es auch noch einen Guru Für 50 Münzen kannst du einen Sternen klauen von einem anderen Ja... Das kenn ich schon Du Skateboard Fieber Das ist geil Da musst du quasi ganz schnell B hämmern Um schnell zu farben Mit A halt hüpfen Ja, musst du gar nicht tun MarioHawk Pro Skater Der Wohl über den die Spieler rollen bricht weg Drückt wiederholt B um Schwung zu holen Und A um zu springen Springen und Schwung holen Spring nicht nur über die Hindernisse Sondern sammle auch in der Luft schwebende Münzen mit einem Sprung ein Oh, krass So, Klassiker das Minigame Mackie kennt's Warum krieg ich denn die Außenbahn? Hallo? Ready? Go! Man sieht so viel Okay, lange Airtime Hallo! Hi! Tschüss! Ich bin nicht gesprungen Das war's gar wirklich ein Leg Ich bin nicht gesprungen Das war's gar wirklich ein Leg Oh! 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 Was war das denn? Oh! Fack das besser nicht So 15? Ja, ich hab das Game gewonnen Dafür gibt's 10 Und ich hab diesen Münzbeutel bekommen Der auf dem Weg war Gott sei Dank bin ich direkt hinter dem So, hi! 10 Münzen Na ja, erst das Startfeld quasi Oder das Losfeld Allein für die Musik von der Map War's so wichtig diese Map zu nehmen Nee, nee, links, links, links Er hättest links gemusst Nicht passieren Das ist kein Geld, lass es Spa lieber ein bisschen Es buttert er halt auch noch rein Was bist du denn für einer? Ich will nur die Welt trennen sehen, mehr nicht Da merk ich Bin nicht hier, um zu gewinnen Das macht man, das macht man einfach immer hier Das Ding ist, du gehst einfach rüber Und dann packst du einfach fast dein ganzes Geld in den Throne Einfach nur, damit niemand mehr rüber kann Was ist das? Zu schnell drehen, wie du kannst Schnell ist es nicht Einfach ganz schnell drehen Wenn du schnell genug drehst, gewinnst du Erleuchte den Raum, bevor Buhu dich packt Dreh den Joystick, um die Lampe erstrahlen zu lassen Das ist ne geile Idee Zum drehen, zum, äh, zum drehten drehen Zum drehten drehen Wenn zum drehen treten Start Schneller, schneller, schneller Ja komm, Trio Oh, dieses, dieses PG, was hinterher geschubst wird Er ist gleich hinter dir Ja komm, er will dich holen Ja, hat dich gleich Er guckt auf deinen Hintern Was? Ich komm hinter dir und reiß dir in den Po Darf ich mich vorstellen, Boho Schade Ich hab dir sicher eine Anweisung ignoriert Die Musik ist entspannt und passt dazu, wie man alle seine Freunde verliert